Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aussetzung des Familiennachzuges für Subsidiar-Schutzberechtigte beschäftigt alle Bundestagsfraktionen. Neben dem vorliegenden Unionsgesetzentwurf haben auch FDP, Grüne, AfD und Die Linke ihre Anträge vorgelegt. Wie breit die beiden extremen Lösungsvorschläge bezüglich des Familiennachzuges auseinander liegen, sehen wir anhand des AfD-Gesetzentwurfs und der diametral entgegengesetzten Anträge von Grünen und Linken. Leider können Linke und Grüne ihre ideologischen Scheuklappen nicht überwinden und wärmen ihre Mantras schon vor zwei Jahren wieder auf. In Ihrem Antrag sind sie auch die Grünen nicht zu schade, ihre sonst angeborene Kirchenferne abzulegen und sogar den katholischen Kardinal Marx mit ins Boot zu holen und zu bemühen. Aus meiner Sicht hat die FDP-Fraktion einen Gesetzentwurf von Augenmaß vorgelegt und argumentiert sehr verdienstvoll. Großes Lob von mir an dieser Stelle. Aber über diese Gesetzentwürfe beraten wir in der morgigen Debatte. Heute liegt uns ein Gesetzentwurf der AfD vor. Schon in der ersten Zeile entpuppt sich der AfD-Text als eine populistische Aktion und pure Provokation. Wie bisher immer sind Sie von der AfD auch heute weder an einer sachlichen Debatte noch an einer fairen und pragmatischen Lösung interessiert. Sie sind auf Konfrontation eingestellt und meinen, mit Ihrem Text die Bundesregierung bloßstellen zu können. Nicht der vermeintliche Kontrollverlust über die deutschen Grenzen war der Grund für den enormen Flüchtlingszustrom, sondern vor allem die angespannte Lage in den Herkunftsländern, die es zu betrachten gilt. Das ergibt sich schon aus dem zeitlichen Ablauf des Jahres 2015. Darüber hinaus kam die mangelhafte Sicherung der EU-Außengrenzen sowie die fehlende Solidarität und Kooperationsbereitschaft der europäischen Partner, die hier schon mehrfach bemängelt wurde. Die Konsequenzen haben wir in Deutschland gezogen. Kontrolle über die Binnengrenzen und Schleierfahndung im Inneren sind unsere Antworten gewesen. Ihr Gesetzentwurf ist vor allem polemisch. Er bedient Klischees und will alte Ängste wieder erwecken. Die AfD wehnt sich mit ihrem Vorstoß, ein angebliches Unrecht und politische Fehler beseitigen zu wollen. Dabei ist Ihr Vorschlag keine tragfähige Lösung. Sie nehmen sich nämlich der komplizierten und kontroversen rechtlichen Materie erst gar nicht an. Sie schreiben so, als ob es nicht um das Schicksal von Menschen geht, die durch Krieg und Zerstörung vertrieben sind. Sie machen es sich aus meiner Sicht zu leicht. Ihr Gesetzentwurf vermittelt Ihr einziges Anliegen, bloß niemanden reinlassen, nicht einmal die, die wirklich Hilfe brauchen. Alle Dimensionen von Flucht und Vertreibung, von Grundgesetz und Menschenrechten blenden Sie aus. Das ist nicht vernünftig und schadet aus meiner Sicht dem Ansehen Deutschlands. Mit keinem Wort erwähnen Sie den selbstverständlichen Umstand, dass Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz des Staates und der deutschen Verfassung im Artikel 6 stehen. Ein pauschaler Wegfall des Familiennachzuges ohne jegliche Ausnahmen für etwaige Härtefälle ist ein schwerwiegender Eingriff in die Grundrechte. Es ist verfassungsrechtlich nicht unproblematisch und daher aus meiner Sicht auch nicht gerichtsfest. Denn wir stehen heute nicht auf den Marktplätzen, sondern im Plenum des Hohen Hauses und sollten vor allem juristisch sauber arbeiten. Die Würde des Menschen müssen wir nämlich im Kontext von Integrationsfähigkeit und Hilfsbereitschaft hier sehen. Aus meiner Sicht legen Sie einen Schaufensterantrag vor und denken, Sie kommen damit durch. Dabei reicht eine bloße restriktive Gesetzgebung nach dem Motto, wir lassen einfach niemanden rein, Augen zu, nicht aus. Sie stilisieren sich zu den einzigen und wahren Befürwortungen der Reduzierung der Migration. Dabei hat die vergangene Legislaturperiode eins gezeigt. Die Union ist die einzige und konsequente authentische Verfechterung von Ordnung und Steuerung bei der Zuwanderung. Für eine kluge Regelung zur Aussetzung des Familiennachzuges für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus hat sich die Union schon eingesetzt, bevor es die AfD hier im Deutschen Bundestag gab und das politische Geschäft erst kennenlernte. So etwa hat mehrmals Bundesminister Thomas de Maizière entsprechende Vorschläge bereits im Sommer letzten Jahres unterbreitert. Nicht Sie, sondern wir haben die Krise gemanagt und entscheidend zu den geringeren Flüchtlingszahlen beigetragen. Es ist nicht Ihrer, sondern unserer Verdienst, dass wir nur knapp 187.000 Menschen Asylsuchende im letzten Jahr hatten und nicht mehr 890.000 wie im Jahr 2015. Wir haben ordentliche Bedingungen für die Arbeit des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geschaffen, das eine zügige Bearbeitung von Asylbescheidungen gewährleistet. Die intensive Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes verdient hier unseren Respekt. Wir haben in den vergangenen Jahren staatsmännisch gehandelt und tun es auch heute mit dem Gesetzentwurf, den wir morgen beraten werden. Der Familiennachzug bleibt bis zum Inkrafttreten der in den Sondierungen vereinbarten Regelungen, die bis zum 31. Juli verabschiedet werden sollen, ausgesetzt und das auch im Gesetzentwurf ohne Frist. Meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf, den wir morgen beraten werden, ist aus meiner Sicht die beste Antwort auf die Herausforderung durch Asylzuwanderung. Unterstützen Sie morgen unseren Vorschlag, denn wir halten Maß und Mitte und schützen unser Land vor Überforderung in der Integration von Ausländern. Vielen Dank.